ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu sim city 4 und genau wir waren aber letztes mal weiter unsere stadt am ausbauen und habe unser netz verdichtet wie ihr seht habe ich auch noch ein paar stellen übersehen tatsächlich die ziehe ich mal gerade oh ja da habe ich sogar eine relativ große stelle übersehen genau wir haben hier unsere überarbeitet so und damit der verkehr besser fließen kann das genau so muss das sein und da klingt wieder meine uhr wasser haben wir genug so waren ja wir springen hier direkt rein natürlich ist immer so bei 74 ich springe über direkt rein hier fehlt auch noch was man macht mal kurz da weiter wobei wir jetzt mal aufgehört haben hier wir sind noch löcher drin die wollen wir natürlich alle stopfen ganz klar aber ich denke mal das sollte er so sollte hinhauen es ist so heftig aber gut es bringt das bringt tatsächlich minimal was auch die luftverschmutzung soll ich das sagen die luftverschmutzung ist dadurch sehr viel mehr untergegangen tatsächlich ja es bringt vor allem was für die umwelt also für die luftverschmutzung und ja finde ich doch gut mit finde ich doch super kann man echt nicht klagen über die luftverschmutzung so dann okay dann machen wir jetzt einfach mal genau hier ist ja die die monolette verbindung okay wir wollten weiter jobs ja doch kommt wir machen weit ich bin wir haben hier so einen schönen bereich kommt ist da was wir machen hier geht natürlich jetzt nicht ich würde ja gerne eine einbahnstraße gehen machen aber doch eigentlich eigentlich ist das kein problem weil da würde ich nämlich jetzt hier noch mal ein paar einwohner machen tatsächlich also würden wir hier neue bürger bauen beziehungsweise neue wohnungen dann machen wir hier vorne station hin so äh aua warum machst du das kaputt spiel so liebevoll aufgebaut alles hier und das spiel macht es mir einfach kaputt so ja da kommen sehr schön hier ist klar da kriegt ihr auch eure eigene verbindung eure eigene anbindung meine ich und das sehr krasse u-bahn-netz hier in der stadt und ja man ist denn da jetzt schon wieder los also die leute können tatsächlich kein auto fahren so wie bei uns ist das denke ich mir auch manchmal dass die leute manchmal echt kein auto fahren können aber ist in ordnung lassen wir jedem halt sein seinen willen ok bitte nicht abstürzen spiel das wäre uncool von dir gut dann schauen wir mal dass wir hier weitermachen das würde dann so machen genau oder am besten hier noch mal eine alleen sitzen das sind ja jobs eigentlich so nicht so verdammt was du denn spiel dann macht das so macht es immer so ja gut dann mache es so kommen mal vier mal vier und drei mal drei aber sollte auch passen gut dann wäre es cool wenn wir hier ne es muss auch mal ohne geht tatsächlich muss auch mal ohne monorail gehen hier für euch wir haben das so eng was ich das monorail netz ist wirklich krass ok dann machen wir euch da habt ihr schon eine bus haltestelle hier eine bus haltestelle dann hier eine u-bahn station da kommt hier noch mal eine u-bahn station ich meine wir haben ja so ein engmaschiges u-bahnnetz hier so dann machen wir hier nochmal schön so ein netz hier so ein u-bahn netz so das ist ganz geil eigentlich so und dann können wir hier tatsächlich unsere gewerbegebiete raushauen so los ihr habt hier mehr jobs könnt dazu ziehen so los wunderbar hier sind so groß ja was ist das denn für ein riesen teil oh shit was ist das denn ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mal 3 ok das sieht echt heftig aus was da gerade kommt hk harper center wow ok mittel ausgebild das machen wir auf jeden fall denkmal das sieht es deutlich aus guck mal hier oben stand eben oh shit drauf cool ist einfach cool so wir haben tatsächlich zu viele zu viele mittlere leute hier wohnen mittleres einkommen es ist geil schaut euch das an das sieht so stylisch aus muss einfach stehen bleiben so ja wir brauchen eigentlich noch gewerbe wartet mal ich guck mal gerade wie es aussieht mit den einwohnern aber ich glaube wir haben da zu viele einwohner gebaut eben wir brauchen mehr jobs aber sowas von oh gummibels willen ja wir brauchen viel mehr jobs viel viel mehr jobs heftig okay wir brauchen 130.000 jobs ja dann macht man weiter hier mit jetzt haben wir hier eine einwandstraße hingebaut aber ist okay ist okay wobei wartet mal wir machen mal eine steuersenkung soll man das machen ich meine die haben dich nach die haben nicht danach gefragt ne wie können wir denn hier flughafen oder sie weg wie können wir denn hier jetzt für noch mehr gewerbe nachfrage sorgen ich meine wir haben zwei fette flughäfen ich meine kapazität das passt aber noch und wer hier passt auch so eine börse und sowas haben wir ja schon alles gebaut wenn ich mich nicht recht im sinne holy shit holy shit holy shit schau dich was soll an wir sind fast bei ja wir sind jetzt so grob bei einem drittel unserer neuen hauptstadt bis jetzt funktioniert alles wunderbar so eine börse und sowas hatten wir ja schon ne ah wir haben ein gebetshaus okay das können wir dann ja das hier ist ein wohngebiet ne das ist ein geschenk verdammt so mit wohngebieten müssen wir hier tatsächlich aufpassen ich haue hier mein bürogebäude rein ich meine das sollte denen jetzt nicht so sonderlich böse aufstoßen denke ich mal vor allem nicht wenn wir da noch parks und bilder rein machen so sollte eigentlich passen so light und wandgalerie fast normal für euch hier geiles sound so können wir denn jetzt auch über gewählt denn gar nicht mit der monoregel rüber gehen geht das nicht doch es geht es geht doch warum habe ich da ende gemacht so annehmen und hier auch noch mal so annehmen zack haben wir perfekte perfekte brückenbauten hier so wie machen wir das dann weiter ich würde vorschlagen ja machen wir hier einmal oh wir können hier einen tunnel rein machen und dann hier vielleicht schade leider nein okay das ist das problem hier ne das war da so ein riesen berg ja wieder moment das ist glaube ich einmal hier nein 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 abbrechen das müssen wir einmal leveln so das ist egal dass die straße da jetzt weg ist sehr leicht nachbauen machen wir diesen berg weg ich denke mal ja genau das sollte so passen da oben auch aufpassen weil da ja auch eine brücke ist ne genau dann aber den berg nehme ich jetzt mal weg dann aber der berg ist ja mal weg so genau da können wir hier nämlich schön weitermachen oh Gott äh was ist mit meiner maus grad hey hallo maus ah bluetooth mäuse wer liebt sie nicht ne so geht wieder okay ähm gut gut aber jetzt hier den berg einigermaßen ja weg gemacht würde ich vorschlagen brauchen wir einfach hier oben weiter und äh hier machen wir jobs rein weil wir brauchen scheinbar tatsächlich jede menge jede menge davon und dann macht das doch so genau ähm jawoll ah perfekt hier so dann haben wir hier eine brusthalte stelle hier vorne voll hier auf dem berg ist aber okay so schön mit dem u-bahnnetz verbinden das ganze so okay dann geht es hier weiter wir können hier sogar eine allee hin machen denke ich mal ne können hier eine allee hin machen jawoll können wir machen wir hier eine neue downtown mit jobs mach hier eine brücke äh ich glaub die haben wir schon die haben wir noch nicht okay nehmen wir die ah sehr cool freunde das sieht gut aus mit den brücken gefällt mir oha was ist das denn das ist ob o Himmelswill was hast du denn da gebracht Spiel okay ja das wird interessant dann hier aufzubauen tatsächlich aber gut hier vorne ist da es wird interessant auf der anderen Seite sag ich euch jetzt schon aber okay was sind hier los warum das bäume haben oder was verschmutzungskriegen dann reißt hat man ab und ich vorschlagen reißt die markt das hier auch ach das sind was habe ich jetzt was habe ich hier jetzt ab dem friedhof oder was es war nur friedhof gott sei dank zu können wir direkt nach machen hier so zack schwein gehabt freude gut ja hier auch irgendwie ich weiß nicht was ihr habt geschmutzung mittelmüll gering pendelverkehr lang ich müsste vielleicht hier oben ein paar wohneinheiten durch jobs ersetzen wartet mal zeigen wir mal bitte die zonen ja aber wobei hier ist alles so schön mit einwand an hier das hier das können wir ersetzen hier oder was ist das für ein gebäude bevor wir das ersetzen das können wir ersetzen weil das hat auch probleme gut dann zonen bitte das hier bitte ersetzen so gut hier sind ganz schön viele straßen alle aus und dann könnt ihr das genau da könnt ihr da jobs hin machen ja gut das weiß nicht ganz so viele aber ist in ordnung so okay 211 jobs immerhin das heißt ihr kommt alle mit der u-bahn okay das ist natürlich cool wir sind auch wieder arbeitslos also ihr wollt ihr wollt hier in der nähe noch ein paar jobs haben aber okay ich denke mal lasst uns hier oben die sachen ersetzen moment so lasst uns hier oben das mal ersetzen durch jobs okay schick mal dass das klappen könnte ja auch wenn sie da erst mal nur kleine sachen hin machen aber ich meine hier oben haben wir scheinbar ein job problem ja wobei wobei moment warten wir einfach ab so das sollte sich eigentlich jetzt besser hier oben straßenplaster aus allen nieten ja ich weiß aber genau da kommt wieder ein turm raus so geht hier pendler null ich fasse nicht ja das passt aber pendler null ja ihr kriegt jetzt gleich jobs moment ok ja kurz das ist aber mittlerer pendelverkehr hier verkehrsgeräusch hoch ja sorry aber mehr leute mehr kann ich für euch echt nicht machen hier oben tut mir leid ich ja was sie hier noch wollen was kommt da jetzt wieder schickes da das ist ein wohngebiet oder was doch ist ein reiches wohngebiet ok das heißt aber auch wir brauchen hier oben tatsächlich keine wohngebiete sondern mehr jobs hier oben dritte ok gut dann dann so spielen wir mal ein bisschen mutig hier so dann ersetzen wir die jetzt einfach mal mit gewerbe so dann gucken wir mal was sie daraus machen so gut wir haben 826.000 euro da kommen sie wieder die türen raus ja sehr cool das sind mittlere jobs jawohl hier kommen sie jetzt auch wieder oh Captain Jack's Seafood geil aber das war laut das war laut ach und ihr hier ja das würde ich eigentlich ungern abreißen das hier auch um Gottes Willen bitte nicht na gut egal ich denke mal dass sich das hier oben dann einpendeln wird gut kümmern wir uns mal um den Ausbau so wir wollen mehr Jobs haben hier ok dann Gewerbe einfach mal schön weiter wachsen hier die stadt ja schön weiter wachsen so machen wir ja auch mal ja wobei auf die plazas kann man glaube ich doch bäume machen oder das probiere ich mal kann man da bäume drauf machen ne kann man keine wäume drauf machen auf die plazas seht ihr also da machen wir doch lieber parks hier hin machen wir doch lieber parks hier hin ja ja ok aber hier vorne eine busshalte stelle und station busshalte stelle und bahn schön verbinden ja wunderbar hier sehr gut wir wachsen wir wachsen weiter das freut mich so dann können wir jetzt hier auch alles zu machen mit Jobs eigentlich 4 x 4 schade das geht nicht ok Mist obwohl dann können wir hier theoretisch könnte man hier Strände reinmachen wenn das geht ja hier wäre einer aber ne das wird nicht funktionieren ok da oben können wir doch noch geht nicht ok dann machen wir hier Wälder hin oder ja schon gut man kann aber auch eine Alleebrücke machen ne wartet mal geht das speicher das erstmal ab alles läuft gerade so gut so 840.000 Eibola wir kommen jetzt langsam an den Punkt wo unsere alte Hauptstadt den Geist aufgegeben hat hier ne es geht leider nicht aber doch irgendwie muss das doch funktionieren na egal komm ne will ich jetzt nicht riskieren na mehr grünflächen für euch so damit ihr auch ja nicht meckert hier so gut dann eine Straße für euch damit ihr hier auch eine gute Verkehrsanbindung habt genau U-Bahn-Station und Bushaltestelle genau sehr gut können wir hier durch jawohl ah läuft 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 Freude läuft so dann kriegen wir jetzt auch das Loch hier gefüllt mit Gebäuden ja wobei eh ihr wollt wieder nicht ne na man muss halt ein bisschen aufpassen mit den Gewerbe äh Gebäuden es sind halt nicht immer reiche Büros die hier gefordert werden ne das ist es halt aber solange wir diese Nachfrage noch haben nach Gewerbe warum nicht nutzen also warum diese Nachfrage nicht nutzen da kommt irgendwie keine so jetzt oh wachsende Stadt sehnt sich nach Saft okay dann kaufen wir mal weitere oh kein Wasser heitere Energie und ähm oh die Müllextreportieren ja ist okay so zack wunderbar jawohl und dann können wir hier weiter schön weiter in unsere Downtown aufbauen ey ey nein so aha genau ähm ja falls ihr euch wundert wie ich das mache hier mit dem Ausrichten äh manchmal ist es ähm strg und Umschalt und manchmal ist es strg und Alt ne also das ist immer situationsabhängig gut aber dann können wir jetzt hier weiter die haben kein Wasser das ist blöd ich kümmere mich gleich um euer Wasser keine Sorge das war ja die Grünfläche vergessen so Wasser 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 so oh ich muss sowieso Wasser importieren okay dann machen wir das so da habt ihr auch ja Wasser oder oder liegt da kein Rohr oder liegt auch kein Rohr äh okay dann zieht das hier mal ein bisschen weiter ernsthaft warum das ist das erste Mal dass ich sehe das beste müsste die vielen Wasserrohr nicht gelegt werden kann interessant na gut dann gehen wir halt so hier hin tsch machen das einmal queres Wasser oder was so muss das ausreichen so alles klar ja ja perfekt und wo dann müsstet ihr eigentlich ja wir haben wieder Einwohnern nachfragen ist auch gut Freunde wir haben wieder Einwohnern nachfragen ach so muss das sein Jo 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 ist ja okay ist ja gut auch um Himmels Willen um Himmels Willen ihr fahrt doch wie die ihr fahrt doch wie die Beknackten hier ohne Witz es ist noch nicht mal Stau naja wobei äh die Allee ist schon gut gefüllt muss ich sagen verkehr naja wo nö eigentlich nicht ist grün ey verkehr sieht generell super aus ne der verkehr sieht generell eigentlich ganz okay aus also ja im eigentlichen Stau hier unten na gut weitere Allee 3 4 5 6 7 8 ja das passt perfekt ja ich bin froh ich bin froh Freunde das freut mich ehrlich so ach so gut wir können jetzt weiter unsere Jobs ausbauen unseren Jobsektor so wow was kommt denn hier 1900 Jobs nur aber trotzdem sieht das cool aus okay dann machen wir hier unten mehr Jobs ja mehr Jobs wobei im Moment so genau perfekt hier okay machen wir hier unten Bushaltestelle Urban genau wie hier vorne auch Urban Station Bushaltestelle genau und dann wieder schön miteinander verbinden ah heute kommen wir gut voran muss ich sagen auch weil wir so ähm sorglos unser Gewerbe aufbauen können das ist wirklich wunderbar so wieder schön verbinden hier mit unserem coolen Trick beziehungsweise mit unserem ja Gittermuster und ja dann haben wir das würde ich doch mal vorschlagen so könnte man jetzt hier auch noch mal alles alles mit dann verbinden so ja ich meine warum nicht so jawoll schau dich das an oh und wir haben zu viel äh keine Einwohnernachfrage wow äh warum haben wir keine Einwohnernachfrage mach mal eine Steuersinkung bitte keine Einwohnernachfrage wir müssen aufpassen wir müssen aufpassen Freunde schaut euch das an wir haben zu viele wir haben zu viele Einwohner wir haben die Steuern gesenkt sollte sich das eigentlich wieder entwickeln die Nachfrage 28 ja da sind sie wieder okay hahaha danke Steuersinkung bewirkt wirklich jetzt wollen die Gewerbeleute auch wieder Steuersinkung haben ne kaum haben wir sie auf Einwohner gesenkt jo dann machen wir das halt ist ja okay wir haben es ja ne 20.000 immer noch im Plus ich wollte mein Gott warum denn nicht so dann machen wir hier das geht perfekt das geht das macht so Spaß wir sind schon wieder am folgenende ankommen das ist ja schon traurig das ist so traurig so da wartet hier noch mal hin können wir hier an euch ein äh Polizeirevier ein Luxuspolizeirevier können wir euch hier hinstellen ganz genau so da kriegt ihr hier eure eigene Polizei das ist auch cool so so hier können wir vielleicht noch ein Wahrzeichen irgendwie hin kriegen wir hier ein Wahrzeichen zwischen Fort Elemo vielleicht ne leider nicht ähm Palacio Real wow äh zu groß äh erwartet mal ne Monorail kriegen wir kriegen wir euch hier hin aber erstmal möchte ich eine Halle der Unabhängigkeit oh Halle der Unabhängigkeit die passt hier rein perfekt so dann haben wir hier nochmal ne Monorail Station dann muss ich gleich gucken wo die Lehrer streiken jetzt macht es mir schon wieder das Kreuz hier kaputt Mensch nochmal so oh wir haben die Folge voll gut dann ist das jetzt die letzte Aktion hier im Spiel beziehungsweise dieser Folge beziehungsweise Moment eine Sache möchte ich ausprobieren es gibt auch so viel dass ich ausprobieren will Strand Schade leider nein okay der kriegt ja hier einen Stadtwald dann kriegt er hier Bäume so alles klar sehr schön ja wobei hier könnte man hier kann man noch eine U-Bahn Station hin machen das kann man noch mit einer U-Bahn verbinden ist sogar direkt verbunden perfekt Wachstum Freunde Wachstum 30 Minuten voll gucken wir nochmal gerade wo die Lehrer streiken die streike ich schon gar nicht mehr okay mooslose Sims Masters enttäuscht ja gut aber ich habe euch doch schon eine Steuersenkung gegeben es muss langsam ausreichen so wunderbar Freunde dann wir haben eine gleichbleibende hohe Nachfrage das ist super gut 860.000 Einwohner ist auch ein neuer Höchstwert gucken wir uns nochmal die Faktoren an hier Luftverschmutzung ja in einem neuen Gebiet ist jetzt ein bisschen was das sammelt sich ein bisschen was an weil sie daran weil wir noch keinen Bäume-Trick gemacht haben wartet mal nochmal Bäume-Trick hier so Bäume 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 Moment 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 hier unten ist doch noch hier ist hier noch Platz für ein paar Parks das mache ich jetzt noch eben so hier nochmal ein paar Bäumchen so damit er euch auch ja nicht hier rum ach stimmt wartet mal ich habe hier noch was zu tun hier die Lehrer schon wieder aber welche denn da gucke ich das gleich nochmal kurz nach ja es verlängere jetzt gerade die Folge aber wir sind gut expandiert heute ja wir sind sehr gut expandiert gucke ich das an so welche Lehrer denn ihr okay ähm wo seid ihr ach du heilige äh wir brauchen wieder Wasser was ist hier los Tatsache wir müssen wieder importieren wow okay Nachbarschaftshandel Wasser das ist wirklich die letzte Ausbaustufe ne und dass ihr da oben dass ihr da so weit oben äh protestiert gefällt mir auch nicht kann man da irgendwie noch ne Schule hin ja geht glaube ich ne ne kleine ne kleine Schule kann man hier noch hin bauen ja wobei das sind noch 500 aber komm besser als nix so ähm ich hab euch jetzt ne neue Schule hier hingestellt also eigentlich ja es sind halt viele dazugekommen jetzt ne das ist äh klar sonst wartet mal sonst geht mir das auf die Nerven ähm naja so kommt einfach gefällt weg dann machen wir hier wieder Plazas hin bäh so machen wir da nochmal ein paar Plazas hin wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 gut wir sind aber immer noch 15.000 plus also von daher das passt das passt richtig gut mit unserer Stadt und genau ja dann würde ich mal sagen ähm ja wobei ich könnte bevor ich das machen wir mit dem nächsten Mal komm ähm gut würde ich einfach mal vorschlagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da lasst die Glocke läuten ey würde ich mich sehr freuen erzählst gerne weiter den Kanal und dann nochmal nach Modus und ja bis hier dann weiter geht's sehen wir dann beim nächsten Mal wie gesagt wie gesagt und ja dann würde ich sagen würde ich euch nochmal schönen Abend oder schönen Dach ne tschüss tschüss